Montagabend, ich glaube, das ist der 125. Versuch, dieses Video aufzunehmen, denn es geht um die spannende Frage, wie können Gerüche unsere Emotionen beeinflussen und warum spielt der Verstand da oft nicht mit? Lasst mich ganz kurz erklären, wie ich auf dieses heutige Thema kam. Ich habe heute Mittag einen interessanten Bericht gelesen von dem Universitätsprofessor Hans Hatt, der an der Ruhr-Universität in Bochum unterrichtet. Und der Mann hat ein paar ganz spannende Bücher über das Thema Riechen und Düfte geschrieben. Ich habe mir so ein bisschen was angeschaut von ihm und da waren einige Dinge dabei, die haben mich echt vom Hocker gehauen. Es ging nämlich um die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit dem Riechen und wie ist das mit unserem ganzen Kopf verbunden? Um das zu verstehen, müssen wir uns mal eine Sekunde mit unserem so faszinierenden Organ beschäftigen, nämlich der Nase. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über deine Nase nachgedacht hast. Bei mir ist es relativ lang her, sie ist halt da, sie tropft manchmal, manchmal nehme ich auch was Nettes darüber wahr, aber ansonsten hat sie in meinem Leben ehrlich gesagt keine große Rolle gespielt. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich das Bild meiner Nase zu verändern. Das Bild der Wahrnehmung vor allen Dingen. Also, was habe ich nämlich gelernt? Ich habe gelernt, dass das Riechen praktisch mit dem Einatmen beginnt und dass wir das am Tag ungefähr 23.000 Mal machen. Einatmen, einatmen, ausatmen. 23.000 Mal. Und beim Einatmen und Ausatmen nehmen wir Millionen von Duftmolekülen unbewusst in unserem Körper auf. Ja? So, und während wir einatmen, diese Duftmoleküle in unsere Nase kommen, schießen die sozusagen an ungefähr 30 Millionen Riechzellen vorbei. Die sind so in unserer Nasenschleimhaut verankert. Und diese Riechzellen haben eigentlich nur eine einzige Aufgabe, sozusagen diese Moleküle, die da vorbeigeschossen kommen, zu identifizieren und bestimmten Rezeptoren zuzuordnen. Insbesondere dann, wenn sie erkannt werden. Das ist so ein bisschen wie mit dem Schloss und dem Schlüssel. Es passt immer nur ein Schlüssel in ein Schloss. Und wenn jetzt ein entsprechendes Molekül vorbeikommt, das auf den Rezeptor passt, dann wird ein elektrisches Signal in Richtung Gehirn geschickt. Und dieses Signal wird im Gehirn verarbeitet. Wo genau wird das hingeschickt? Genau, der eine oder andere weiß das von euch, nämlich ins limbische System. Dort ist der Sitz unserer Emotionen, dort ist der Sitz unserer Erinnerungen. Und jetzt wird das Ganze abgeglichen und verbunden genau mit diesen beiden Themen. Und wenn wir einen Duft wahrnehmen, der beispielsweise eine bestimmte Emotion oder eine Erinnerung auslöst, dann passiert das nächste Hochspann in unserem Körper oder genauer gesagt in unserem Kopf. Es werden jetzt Botenstoffe aktiviert, Botenstoffe, die da sein können, Serotonin, Adrenalin oder was auch immer. Das heißt, dass ein Duft wie beispielsweise die Zitrone im Kopf eine Wahrnehmung auslöst und anschließend einen Botenstoff in den Körper geschickt wird, der uns beispielsweise besonders entspannen lässt. Daraus lässt sich auch ableiten, warum der Lavendel mit seinen Molekülen uns bestimmte Gefühle beschert. Die Pfefferminze, die beispielsweise Adrenalin als Botenstoff anschließend ausschüttet, uns besonders wach macht. Oder aber der Thymian oder Oregano, das sind alles Öle, die beispielsweise unseren Appetit anregen und gleichzeitig auch die Fettverbrennung animieren, warum die wieder bestimmte Stoffe auslösen. Und das fand ich hochspannend. Und dann kam die zweite Frage hinzu, warum spielt aber unser Verstand an der Stelle manchmal nicht mit? Warum ist dieses Thema so speziell? Und jetzt gehen wir nochmal zurück, nämlich an den Punkt, ein elektronischer Impuls wird in unser Gehirn geschossen. Und zwar diesmal über das Sehen und über das Hören. Das Gleiche passiert allerdings mit einem Unterschied. Dieser Impuls geht nicht Richtung limbisches System, sondern in unser Großhirn. Und in unserem Großhirn werden alle analytischen Prozesse verarbeitet. Das heißt, die Analytik befindet sich im Großhirn und die Emotionen, alles was mit der Emotion verbunden ist, in unserem limbischen System. Ganz wichtig zu wissen ist, dass das limbische System schneller ist. Schneller. Schneller. Das heißt, die Emotion, hör auf zu lachen, Maxi, die Emotion ist schneller als der Verstand. Deswegen sind Frauen in ihren Entscheidungen oftmals besser, weil sie sich auf die Intuition verlassen. Wenn du das weißt, weißt du auch, warum viele Männer ein Problem haben mit den Ölen. Weil sie über die analytische Seite an so ein Öl herangehen, während Frauen mehr ihrem Gefühl vertrauen. So. Und wenn du Professor Hart dann aufmerksam liest, dann ist das Thema insofern total spannend, weil er sagt, Düfte können dir helfen, dich tatsächlich zu erinnern. Er geht sogar so weit, dass er das Ganze gedanklich weiterspringt in Richtung Demenz. Und er empfiehlt tatsächlich, Düfte ganz, ganz gezielt einzusetzen. Weil es nicht nur unsere Emotionen stärken kann, unsere emotionale Stabilität, sondern auch unsere Authentizität. Und das alles kombiniert, fand ich ein super interessantes Thema. So. Und wie kannst du das Ganze jetzt am besten insgesamt verankern? Indem du dir natürlich all die Eindrücke, all die sozusagen Wahrnehmung in ein gesamtes Bild hineinpresst. Am besten fühlst du über die Haptik. Am besten riechst du über deinen Riechkolben. Am besten siehst du. Am besten hörst du. Und am besten schmeckst du. Ja. Ich habe mir gerade in einem vorhergehenden Video das alles mal schön ausgemalt. So das erste ekstasische, die erste ekstasische Begegnung mit Maxi. Ich habe die sehr genau beschrieben in dem Video, aber sie hat mir verboten, darüber zu sprechen. Deswegen malt euch mal euer eigenes Bild aus oder erinnert euch mal an euer erstes Liebeserlebnis mit einem besonderen Partner. Da wisst ihr wieder, wie all das Ganze zusammenkam. So. In dem Sinne, jetzt werde ich mich noch ein bisschen vergnügen mit meinem Lieblingsöl im Moment, mit dem heiligen Bayrauch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss.